hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 multiplayer wir sind hier wieder im gefängnis unterwegs die standard map wie halt immer in der classic spiel kommt ja eigentlich meistens immer genau diese map hier wo die map ist eigentlich schlecht die map ist eigentlich ganz geil okay gucken wir mal noch ist alles ruhig noch ist alles ruhig die frage ist wie lange da geht schon los da geht die scheiße schon los und ich habe schon wieder angst ich glaube es ist das beste wenn wir rein wenn erst mal ich hoffe es zumindest wir hätten ja aus das habe ich nicht mal ein bisschen links aufpassen denn hier gucken die auch meistens sehr gerne rein eine granate reinschmeißen schnell ja man lauft genau rein in mein feuer und hinten kommen jetzt glaube ich auch schon die sind da die sind da und warten noch die wollen jetzt auf jeden fall weg waschen hier vorsicht jungs hinter uns das gibt's doch ich wollte schon sagen oder wie kann der noch 100 haben uns leider ein anderer erwischt von einer anderen ecke hallo es kommt schon direkt wieder spawnen hier was haben wir hier schön ist das wollen wir natürlich kaputt machen sowas hat ihr nichts zu suchen bei uns gerade so werde gerade so die kommen von dahinten jetzt da müssen wir echt richtig aufpassen die kommen von allen seiten die sind hier rechts dann sind sie da links auch da sind welche von uns das ist gut aber hier müssen wir jetzt echt acht geben steht keiner momentan Junge pass von hinten auf hier geht's ab ich glaube von unten kommen auch gerne von unten so wie es ausschaut ja konnte ich da jetzt nicht durchschießen oder was scheint so es scheint so als hätte ich da jetzt eine kleine blockade gehabt das ist natürlich jetzt traurig das wäre eigentlich mein kill gewesen aber man hat ihn mir nicht gegönnt glaube ich oh shit 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 ich stand doch hinter der wand wie konnte der mich denn jetzt treffen was hat denn der für munition das ja durch diesen riesen pfeiler durchkommt die latenz schon wieder die latenz schon wieder eine 50k leitung und anscheinend reicht es nicht aus dass das spiel einwandfrei läuft kommt schon wieder drauf verdammt natürlich nicht gesessenes teil sterbt ihr bastarde einen habe ich gekillt vielleicht kriege ich noch einen hilfskill wenn sie den jetzt platt machen aber die waschen nicht die verstecken sich meine leute verstecken sich lieber anstatt hier richtig punkte zu holen oh da unten oh hier geht's auch ab shit 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 müssen wir echt aufpassen hier hier von links kommen sie auch oh shit das ist mein freund in ruhe verdammt verdammt ach ja das ist schon wieder echt hier hammer was hier schon wieder abgeht auf der map aber die map ist immer noch echt extrem gut besucht es gibt ja server die nur diese map spielen scheint echt so eine favoriten map zu sein glaube ich aber die sind direkt alle links von uns naja das war das war ein fail von mir das gebe ich gern offen zu da habe ich jetzt einfach irgendwie das zielen verpasst oh meine kollegen machen das schon komm 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 direkt wieder spawnen hier obwohl es hier eine echt dumme spawnposition ist sehe ich gerade oh da oben da werden sie auch hocken wahrscheinlich oh shit direkt reingelaufen oh shit nein 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 dass der jetzt noch hierher zieht habe ich jetzt nicht gedacht ich habe gedacht ich kann den schnell weg holen aber nein oh von hinten die sind überall die fücher die sind wirklich überall ich brauche was zum heilen ich brauche unbedingt was zum heilen aber steck dich hier kurz bis wir wieder ein bisschen voller sind vielleicht haben wir noch Glück und hinten kommt einer aber die kommen alle von hier rechts glaube ich größtenteils bist du blöd junge bist du blöd traut er sich echt normal der hatte wahrscheinlich bloß noch 5% oder so und traut sich dann nochmal vorzuschauen hätte er mal lieber nicht gemacht ich kann schon wieder nicht spawnen hier hinten ich muss 100km laufen wieder schade eigentlich stirb verdammt und wir haben schon wieder sau wenig leben hier sanitäter wo kommt der denn jetzt her mann wo kam der denn jetzt her die kommen auch gerne von hinten das ist das problem ich muss mir echt obacht geben das machen sie sehr gerne hier von hinten kommen können wir mal kurz hier runter und gucken ob wir hier jemanden sehen können der sich hier anschleicht und uns hinterrückser schießen möchte fuck fuck Zeigt sich irgendwer? Nein Shit Ich glaube ich muss mal kurz nachladen Das wäre glaube ich hier Oh, da hinten kommen sie auch Fuck Und ich muss nachladen, verdammt Los, mach hin, Mann Oh, irgendwo hier ist er Irgendwo hier ist der Typ Ah, Mist Aber einen haben wir noch weggeholt Ich werde irgendwie nicht richtig warm hier Ich werde nicht richtig warm Keine Ahnung warum Keine Ahnung, Mann Oh, 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 oh Da oben wird direkt wieder kräftig geschossen Haben wir glaube ich echt schlechte Karten hier Ja genau, man töte den da oben Dass ich den von hier nicht treffe Ist unglaublich Oh, nice Nice, nice, nice Headshot gegeben Das ist gut Das ist gut Jetzt müssen wir trotzdem hier ein bisschen auf uns schauen hier Dann seht ihr selber was hier abgeht Noch einer Oben scheint auch wieder einer zu sein Fuck Aber der wird verfolgt, glaube ich Shit, ich weiß nicht, ob die Position hier so geil ist Aber Als Rüberrennen haben wir glaube ich auch verkackt Ey, wie kann der noch 79 haben? Wie geht es? Wie geht es, dass der Typ noch 79 hat? Frage ich mich echt Ich habe doch voll drauf gehalten, oder nicht? Immer so Phänomene Aber hoffentlich werfen die keine Granaten rein und sind uns noch verkackt Sieht momentan ganz geil aus, würde ich sagen Das ist einer von unseren Jungs, das ist auch perfekt Hier unten sind die hier unten Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Haben da auch wieder mehrere Seiten, wo sie kommen können Aber da hinten steht einer von uns Also eher die Bedrohung von der Seite Oh, 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 da hinten auch Fuck Also eigentlich schon wieder von überall Wie kann man denn so daneben schießen? Ja, werfen sie noch was? Noch sind wir da, noch sind wir da Aber die wissen, dass wir hier sind Komm, 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 komm Irgendjemand muss doch noch hier sein Jetzt müssen wir aufpassen Na, traut sich noch wer? Da unten vielleicht Oh, shit Achso, es war ein Gegner Hab ich gar nicht gesehen Den haben wir noch, wunderbar Den haben wir auch Perfekt Obwohl es langsam mein Leben zur Neige geht Aber wir haben es geschafft Wir haben zwar verloren, aber trotzdem Geile Runde fand ich Hat schon Bock gemacht Mal gucken mal, wie wir abgeschnitten haben Also ich glaube, so schlecht waren wir nicht Ab und zu haben wir zwar ein bisschen gelost Aber im Großen und Ganzen Würde ich sagen, müssten wir eigentlich Positiv davon gekommen sein Gucken wir mal ganz kurz Ja, persönlicher Rekord 16 Kills Ich glaube, das ist nicht schlecht Ich schätze so 16,6 Sag ich 16,6 16,10 Naja gut, nicht ganz so gut Aber es hat trotzdem Bock gemacht Leute, ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Lasst bitte einen Daumen hoch da Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal